In diesem Film lernen Sie, wie Sie jemandem eine Nachricht in Kopie zusenden können, ohne dass die übrigen Empfänger derselben Nachricht davon erfahren. Im Nachrichtenfenster sehen Sie zwei Adresszeilen. Eine für den oder die Hauptempfänger und eine zweite für diejenigen Empfänger, welche die Nachricht nur zur Kenntnisnahme oder in Kopie bekommen sollen. Das CC steht für Carbon Copy, ein digitaler Durchschlag sozusagen. Jeder Empfänger der Nachricht sieht alle anderen Empfänger, egal ob diese bei An oder CC stehen. Soweit zum Normalfall. So machen Sie bestimmte Empfänger unsichtbar. Klicken Sie in der Registerkarte Optionen auf BCC anzeigen. Eine dritte Adresszeile erscheint. Empfänger, die Sie hier unter Blind Carbon Copy eintragen, tauchen nicht in der Liste der Empfänger auf. Die dritte Adresszeile ist ab jetzt in jeder neuen Nachricht sichtbar, so lange bis Sie sie wieder ausschalten. Die dritte Adresszeile erscheint.